Ich bin sehr gerne heute hergekommen, nachdem in der Tat in den letzten Jahren hinter uns Höhen und Tiefen kamen. Aber was wir geschafft haben, und ich glaube, das ist der europäische Geist, wir haben trotz unterschiedlicher politischer Familien, trotz ganz unterschiedlicher Probleme doch uns immer bemüht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und ich glaube, das war zum Schluss und ist zum Schluss gut für Europa, aber vor allen Dingen auch für Griechenland. Das griechische Volk ist durch eine sehr, sehr schwierige Phase gegangen. Und ich möchte mich auch bedanken, was Griechenland trotz der ökonomischen Reformen, trotz der Härten leistet und geleistet hat, aber immer noch leistet im Blick auf die Flüchtlinge und was auch geleistet wurde im Blick auf die Rolle auf den Balkan und wichtige Fragen. Das wird unsere Gespräche bestimmen. Ich freue mich jedenfalls, hier zu sein. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Probleme besser gewusst sind, als sie vor einigen Jahren waren. Dankeschön für den Empfehl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.